Er wird die Intelligenz dabei rauskommen, aber in welcher Form war ich jetzt auch nicht, oder? Stand da jetzt nicht. Probieren wir mal. Aber dann brauche ich Plasma. Oh, das Plasma geht doch bestimmt, äh, wenn du es auf die Wand schießt, äh, mit dem Radius geht es raus. Ja, genau. Es geht ja raus, oder? Ja, habt ihr jetzt nochmal bei den anderen Höhlen versucht, um rauszukommen? Ich nicht, nee. Oder nur nicht? Nee? Ja, das ist ja nicht. Mit Video? Ja, und Nico und euch die Neuigkeiten zu, ja? Nee, was meinst du? Ähm, ich meinte, und, äh, hast du jetzt schon Infos darüber, äh, oder wie geht es mit deiner Leidenschaftsfragung? Geht es jetzt endlich, oder? Ich hab's nicht nochmal, ich hab's nicht nochmal probiert, aber ich hab was gefunden, da stand was vorhin, dass es Probleme gab, äh, mit den Lizenz-Programmen. Und, äh, ja, ich weiß noch nicht, ob es seitdem, ähm, ob es geht, ich hab's nicht gemacht. Das ist eine Ding. Doch, 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 da ist eine Stelle. So, warte mal, wenn ihr da gerade im Gange seid und nichts zu tun habt, dann geh ich jetzt einfach mal in die Höhlen und versuche es einfach. Was denken wir, siehst du? Die sind kurz 102, komm, dann ist es wieder weg. Ja, hm, das ist wirklich das Weg. Oh, genau. Hier. Ich bin hinbereit. Ich komm auch nicht mehr zurück. Kannst ja das Ding wieder ein bisschen bewegen. Ja, geh mal ein bisschen zuschüttel. Ich bin wieder. Ich bin jetzt bei Mission 460. Team of Timber so wie es heißt. Guck mal, hab ich ja fragt, dass das muss ja nicht funktionieren. Ich bin jetzt bei Mission 460. Ich stecke wieder hin in der Wand. Ja, jetzt ja. Oh, äh, steht nicht gut hier drüben. Dann komme ich nur in die Wand rein. Möchtest ja. Höh. Hm? Ja, du hast hier das gleiche Problem wie bei den anderen Höhlen, dass du einfach zu viel Spielraum hast, das sonst wirklich nicht. Also auch wenn du dich bewegst, wie es halt nur möglich ist, ist halt dieser kleine Spielraum und sobald du versuchst, etwas höher zu gehen, wirst du aber wieder an der Wand wieder landen. So, weil ich denke, bei den Höhlen gibt es nichts, bei den Höhlen diese ähnlich aussehen wie bei goldenen Daten, dort funktioniert das ganz gut, aber wenn das nicht gleich nett ist, sondern mir angehört, das funktioniert einfach nicht. Na ja, ich gehe noch zum anderen Kumpel. Äh, wo ist er hier? Bist du immer noch Trennlox, oder? Oh, du bist draußen, oder? Bist du auch hier? Bist du auch hier? 1 Storm team follow me Yes this way storm team please come with me He's back. On your way. We'll turn you into Swiss cheese. We'll shoot after we get back, I'll fly to the bridge, you're going to feed me well. Yeah, that's right. It's the enemy! Oh, they shoot already at you. Oh my gosh. The hand is free. Ah, shit. Das war's für heute. Ja, er ist dick. Ich lande mal direkt zu dir. Ich bin über dir. Welche Stelle ich dir jetzt sehe? Ich bin über dir. 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 Ich bin bei ihr. Ich könnte ein bisschen mehr schießen, damit man etwas sieht. Ich könnte ein bisschen mehr schießen, damit ich nicht mehr schießen kann. Das ist unsere Vigilanz! Standpoint Mike SEL1 WALAAA! Du hörst du etwas? Ich mag nicht die Verkaufung. Es sieht aus wie viele große Insekten unter der Hohen. Proceed cautiously. Die sind nicht nah genug, damit mein Blattradius sie aufweckt. Ja, wenn der weiter schießen würde, würde ich sehen, wo ich hinfliege, aber so nicht. Nee, hab ich nicht. Nee, der reflektiert oben von der Decke weg. Ja, so ist schon besser. Genau, soll er machen. Oh, tschüss. 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 Okay. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Oh, tschüss.